Klimawandel ist ja irgendwie vergleichbar mit so einer knallharten Beziehungskrise, wo man kaum noch Hoffnung hat, dass das überhaupt nochmal was wird. Es brennt an allen Ecken und Enden. Ja, man fühlt sich fiebrig. Die Luft ist stickig und zum Zerreißen. Und schultert natürlich immer der andere, ne? Ja, und eigentlich wäre der erste richtige Schritt in die richtige Richtung, dass sich jeder an seine eigene Nase fasst, egal wie lang die ist. Oder vor seine eigenen Türe kehrt, egal wie dreckig es da ist. Ja, wenn du mal kehren würdest. Da geht's ja jetzt gar nicht. German Zero. Finden wir gut. Los geht's.